Was wollt ihr denn für eine Versuch machen jetzt? Ja, ein Reverse-Buzz-Cut. Also was heißt oben kurz sein Wagen? Hier gar nichts mehr und hier noch einen schönen Kranz. Kein Problem. Er war zurecht, er hatte persönliche Probleme, Familie... Kein Publikas. Du wirst nicht wissen. Du wirst nur sehen, wie er kämpft und er geht. Es werden immer wieder die Champions sein. Mit deinem Namen? Das ist deine Wahl. Willst du deinen Namen da? Okay, work hard. Nein? Bye-bye. Es ist sehr einfach. Nothing special. Without Security, Without UFC, Just tell me where... Nobody cares what you do.